Letztes Mal bei Band of Blades hatte unsere Gruppe gerade den Durischwald erreicht. Ein finsterer Wald, wo die Gefahr hinter jedem Baum zu lauern scheint. Glücklicherweise hatten sie einen Lagerplatz in einem Heiligtum, das sich mitten im Wald befindet, gefunden. Aber das Glück hielt nicht lange. Ein Priester, der das Heiligtum seines Hauses nennt, war gar nicht froh, ihr Lager aufschlagen zu sehen. Und wie die Pannier, unter denen die Garten wussten, ist mit einer Priester des Gehörten und somit dem Diener der gottgewordenen Hinterhalten nicht zu spaßen. Doch als ob das noch nicht genug wäre, erfuhren sie, dass der Wete des eben gleichen Gottes auch im Durischleih, unterstützt von einer Gruppe von Pannier, deren Anführer niemand anderes als Ruling Storm, der Vater von Sapphire Age in Tempest, ist. Doch es gab auch gute Neuigkeiten. Die Legion erfuhr, dass nicht weit von ihnen ein Artefakt verborgen war, ein Stück der Nyx selbst. Die Pannier waren euphorisch. Und so zwangen zwei unterschiedliche Gruppen aus in den Durisch. Eine geleitet von der Hoffnung auf Rache, die andere auf der Suche nach Licht in der endlosen Nacht. Werden unsere Händen ihr Ziel erreichen? Werden die Würfel der Götter ihnen beistehen? All das und noch viel mehr bei der heutigen Folge Band of Blades.